hallo youtube hallo mitspieler herzlich willkommen zurück hier bei nick frei zockt bristenarchitektin der alpha 23 und ja ich muss gleich mal was nachgucken denn ich habe hier geschrieben bekommen oh ja das sieht echt danach aus dass da weiter hingehen müssen wir müssen die tür aufmachen ich glaube die haben wir nämlich nicht verkabelt hier vorne die türen da hat irgendjemand mir geschrieben ich glaube die hast du vergessen und ich glaube der hat recht sorry ja das kommt davon immer so viel anstöpselt abstöpselt und so weiter ich bin am überlegen es kommt immer mehr fragen rein so nach dem motto wie ja wie funktioniert das mit den logik dingern und ich war überlegen ob ich hier irgendwo noch platz finden kleinen versuchsaufbau um euch das mal zu zeigen was ich was da eigentlich so genau mit gemeint ist es ist so ein bisschen irgendjemand hat auch geschrieben elektrotechnik und ich gebe es offen zu also ich meine mit elektrotechnik habe ich nur am rande zu tun gehabt früher also das war nie so meine welt ich kenne es aus der programmierung des xor und so weiter und ja im prinzip ist das das gleiche bei sogenannten input abfragen oder if abfragen das hast du dann also if sprich wenn das und das erfolgt dann mache das und so ist das auch hier also wenn ich das end das habe also beides muss dann an sein dann passiert was also ich weiß nicht im können wir es uns leisten ich bin gerade am grübeln ich bin gerade echt am grübeln ach komm wir können es hier neben mal hin bauen was solls wir haben 54.000 und das let's play das wie gesagt das neben der knast da läuft ja das ist ja nichts ding das ist ja nichts thema dann kriegen wir schon hin also die logikbrücke das ist zum beispiel was dass ich zeige euch das jetzt einfach mal wenn ihr die logikbrücke praktisch hierhin baut dann könnt ihr so ein kabel hier durchlegen oder umgekehrt die logikbrücke ans kabel ran je nachdem ich weiß noch nicht genau wie sie es machen das sehen wir gleich ich habe nur den text gelesen ich hatte noch nie einer also ich weiß nicht wie die inaktionen gebaut wird und funktioniert ich weiß nur wie sie theoretisch gebaut wird und funktioniert da gucken wir einfach mal so da liegen jetzt die leute ein bisschen kabelchen der baut hier eine logikbrücke ein kabelchen 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 so jetzt machen wir hier mal ihr seht schon dass das blau ist ja jetzt machen wir hier mal eine verknüpfung von hier oben hier rüber und was ihr jetzt gleich seht ist wenn da jetzt gleich irgendwas durchs tor geht dann wird das alles rot also sprich die logikbrücke ist dafür da so ein kleines kabel an so ein großes kabel hier anzulegen nicht mehr und nicht weniger das macht die logikbrücke was anderes macht die nicht können wir wieder demontieren und die kabel können wir rein theoretisch wieder abreißen so dass wir wieder platz kriegen gucken wir mal schuldig ist alles weg und das liegt in der kiste so damit der knast wieder ein bisschen geld verdient machen wir oben noch schnell die exportzonen wieder hin die hatte ich weg gemacht damit sie nicht ganz holz verkaufen das können sich wieder um den anderen blunder kümmern und wir machen hier weiter also wir bauen mal haben wir schalter wir haben schalter wir bauen mal zwei schalter dann bauen wir hier so ein logikgate und jetzt bin ich um überlegen was wir da dran hängen können dass wir sehen ob es läuft am besten noch ein logikgate ist glaube ich es einfachste im prinzip ist das der kleine versuchsaufbau so jetzt haben wir hier end drin stehen wenn wir das ganze zeugs jetzt verbinden so wir lassen uns mal kurz laufen dann sehen wir es am schönsten so ihr seht beide schalter sind an hier ist end drauf deshalb ist das grün und jetzt so wenn ich jetzt hier den schalter ausschalte so dann sind nicht beide an und dann sagt das hier ne sind nicht beide an und schaltet ab das ist die end bedingung also sprich wenn das an und das an dann das an also wenn das an und das an dann das an so rum ihr seht wenn ich das jetzt wieder anschalte das ist praktisch wie als wenn ich mit if irgendwas programmieren ich weiß nicht wer programmieren sprang kann der weiß das ja wahrscheinlich so wenn ich jetzt beides ausmach ausschalten sollte ich vielleicht auch klicken so dann geht alles aus jetzt kann ich das hier umschalten auf ohr was passiert jetzt wenn ich den hier anschalte der hier oder der hier dann das hier wenn ich den jetzt anschalte ändert sich nichts der hier oder der hier gleich das hier ich formuliere es anders wenn der an ist oder der an ist dann ist der hier an ist vielleicht leichter zu verstehen so ich mache beide wieder aus ich will der anschalten gedrückt anstatt ausschalten so und jetzt schalten wir hier um auf not und ihr seht schon wenn ich umschalte auf not dann haben wir wenn der hier nicht an oder der hier nicht an dann das an was passiert wenn ich einen anschalte der hier ist an der hier ist nicht an der hier nicht an oder der hier nicht an macht den hier an jetzt habe ich den angeschaltet jetzt sagt es not oh oh da ist einer an dann geht das hier aus ähm ich schalte das ganze wieder aus dann müsste das hier wieder angehen so das kann ich noch hier einstellen ach man das ist aber auch hier ein Drama so was and macht haben wir gesehen wenn das an und das an dann das an jetzt haben wir an and das ist eigentlich fast das gleiche das ist not and oder negiert and also wenn das aus und das aus dann das an das bedeutet das negiert sein das heißt wenn ich jetzt hier einen anschalte oh das ist jetzt unerwartet äh das dürfte doch nochmal gar nicht sein normalerweise müssen noch beide aus sein dass der unten an ist oder sehe ich da was falsch not and ah Moment wenn beide an sind so ist es das ist wenn das an und das an dann das aus ist nur eins an dann heißt es wenn das aus was nicht ist ne das stimmt auch nicht und das aus dann das an ha ne also buch ok Bahnhof Leute ich sag ja es ist gar nicht so einfach das alles sich im Kopf zu behalten ich stehe hier wieder vor die Kuh vom Berg also Fakt ist ähm wenn beide an sind wenn beide an sind dann geht das hier unten aus im Gegensatz zum andersrum ja dann muss ich ja also wenn ich das normale end hab müssen beide an sein damit hier unten das brennt und wenn ich n end hab müssen beide aus sein dass das hier unten ne dürfen beide nicht an sein so rum so rum jetzt hab ich's jetzt hab ich's also bei end müssen beide an sein dass hier unten das an ist bei not end dürfen beide nicht an sein dass hier unten das an ist ich hoffe man kann mir noch folgen ich glaub es ist grad ein bisschen kompliziert ähm wenn das an oder das an dann das an war die oder bedingung wenn das an oder das nicht an dann das hier an ist die neue bedingung also das heißt wenn ich das jetzt anschalte geht hier unten das aus weil wenn das hier aus also im prinzip kann man das umkehren also das n ist eigentlich das umgekehrte eigentlich sagt man wenn das an oder das an dann das hier an jetzt haben wir wenn das hier aus oder das hier aus dann das hier an ne stimmt auch nicht das kann doch nicht sein moment wenn ich das jetzt auch anschalte bleibt das aus wenn ich das ausschalte bleibt das aus und wenn ich das ausschalte geht das an okay mit dem n ohr habe ich ein bisschen Probleme wie es aussieht und mit n end also ich weiß rein theoretisch was sie tun ich habe es ja gezeigt aber ich kann es gerade nicht in Worte fassen und bin gerade ein bisschen verwirrt es ist ja auch nicht so einfach wenn du damit nicht so häufig zu tun hast und das nicht anständig gelernt hast und das sitzt noch dann hast du ein Problem nicht oder negativ oder genau das ist in der Programmierung ist es ein nicht oder also das Gegenteil von oder also ein end eigentlich ein end eigentlich ein end oder ach wieso machen wir einfach weiter x ohr alles geht aus entweder das oder das dann geht das an mach ich beide an geht das aus weil es heißt entweder das oder das das ist ein entweder oder kein oder sondern ein entweder oder das ist ein anderes oder das bedeutet wenn mehr als eins an ist dann geht das aus also könnte ich mit so einem x ohr ja eigentlich hier die Türschaltung machen wenn ich die Kabel direkt auf sowas drauf ziehen könnte also wenn ich praktisch also ich habe mal überlegt dass man damit eigentlich die Türschaltung machen könnte ich bin gerade ich bin total verwirrt scheiße ich fasse gerade voll gegen die Wand ich will euch das erklären und dabei verwirre ich mich selbst so dass ihr das niemals versteht das ist so Drama also das hier ist auf jeden Fall ein entweder oder im Gegensatz zum oder beim oder heißt es wenn das oder das an dann das hier können auch beide an sein und das brennt weil entweder das ne also weil wenn das oder das an ist dann darf das hier brennen das hier ist aber ein entweder oder da darf nur eins an sein wenn beide aus sind ist das auch aus alter ich dreh durch ich habe gedacht das werde ich so schnell nicht mehr sehen in meinem Leben jetzt spiele ich prissen Architekten jetzt kommt es hier drin total unnötig finde ehrlich gesagt ähm das ist gleich bedeutet im Prinzip was hier reinkommt kommt hier raus so interpretiere ich das das heißt dass wenn ich beide anschalte funktioniert es wenn irgendwoher Strom kommt gibt es den Strom weiter und dann sind wir wieder beim End und ich zeige das jetzt nochmal das hier muss an sein und das hier muss an sein dann geht das an beim oder das hier muss an sein oder das hier muss an sein wenn beide an sind geht auch das ist der Unterschied zum XOR so ist not negiert oder dreht um was hier reinkommt wenn hier Strom reinkommt dann schaltet er den Strom ab wenn hier kein Strom reinkommt dann schaltet er den Strom zu das negative End ist im Prinzip das gleiche beim einen heißt es ja wenn das an und das an dann Strom an hier heißt es im Prinzip wenn das aus und das aus dann Strom an das ist die Umdrehung vom End das heißt sobald hier was angeht stimmt das noch wir gucken nach ich will es jetzt wissen wir machen jetzt das End an also wenn man im End eins an ist und eins aus ist kein Strom da es müssen beide an sein ja stimmt ja im Prinzip klar logisch ich hab's falschrum beschrieben das ist alles logisch bin ich doof es ist ja standardmäßig ist es ja an normalerweise beim End beim normalen End ich glaube langsam komme ich der Sache näher beim normalen End jetzt hab ich's beim normalen End heißt es wenn das an und das an dann Strom an und hier heißt es wenn das an und das an dann Strom aus und dann stimmt es nämlich auch weil wenn ich das hier anschalte dann ist nicht beides an und dann bleibt der Strom an und dann ist das wahrscheinlich beim Endohr genauso da heißt es ja wenn das oder das an dann Strom an und beim Endohr ist es wahrscheinlich umgekehrt das heißt wenn ich jetzt eins anmache müsste der Strom ausgehen perfekt wenn ich beide mache bleibt der Strom aus perfekt ja das ist einfach nur die Umkehrung die Negierung vom eigentlichen Befehl und X-Ohr ist eben das Entweder-oder wo ich eins anmachen kann und wenn ich zwei anmache geht's wieder aus weil entweder das oder das darf an sein beide nicht so jetzt hab ich 20 Minuten über diese Schaltung hier philosophiert hab mich dabei selbst so verwirrt dass ich am Schluss noch scheiße erzählt hab dann hab ich mich selbst wieder korrigiert dass es wieder auf dem richtigen Level ist und wer es jetzt verstanden hat der ist gut ich weiß nur eins ich brauch jetzt nur Pause und Elektrotechniker unter euch die lachen sich gerade nast weil ich da dran verzweifelt bin aber ich kenn's halt nur aus der Programmierung nicht aus der Elektrotechnik also ich kenn's nicht mit Strom ich kenn's halt mit If-Abfragen was im Prinzip das gleiche ist weil im Prinzip in der Elektrotechnik heißt es wenn Strom fließt oder wenn kein Strom fließt und in der Informatik heißt es wenn die Bedingung A oder wenn nicht die Bedingung A also im Prinzip heißt es hier wenn Strom fließt von dem also entweder fließt Strom von dem oder es fließt Strom von dem dann geht hier das Licht an mit Programmierung heißt es wenn Bedingung 1 erfüllt entweder das Bedingung 1 erfüllt oder es ist Bedingung 2 erfüllt dann führe das aus deshalb also es ist im Prinzip genau das gleiche weil in der Programmierung geht's auch um Strom an und Strom aus Informatik ist ja im Prinzip oder Computer sind ja nichts anderes wie Elektrotechnik da fließt Strom oder es fließt kein Strom 1 oder 0 das ist Informatik ja und Elektrotechnik ist im Prinzip das gleiche entweder fließt Strom oder es fließt kein Strom eingeschaltet oder ausgeschaltet deshalb kann man das auf zwei oder drei Möglichkeiten erklären und ich komme nicht aus Elektrotechnik ich komme aus Informatik also ich mache eher eine IF-Abfrage die ich programmiere und deshalb habe ich auch gedacht ich könnte hier einen Algorithmus schreiben weil das ist auch nichts anderes wie sowas mit IF-Abfragen um die Schaltung so hinzukriegen wie ich die hinkriegen will das Problem an der Geschichte der ist nur ganz einfach dass ich sowas bräuchte wie wenn hier einer steht ähm schicke das Signal und öffne die Tür wenn die Tür zu ist und dazu müsste ich solche Teile vor diesen Sensor vor diesen Servomotor bauen und das funktioniert nicht ich kann diese Strippe nur an der Tür machen und deshalb funktioniert es nicht mit diesem Schaltungskram im Prinzip ich weiß nicht wie ich es anders ähm erklären soll es ist vielleicht möglich über die Logikbrücke das könnte natürlich sein dass ich aber nee das kann ich nicht ich kann das Ding auch nicht ich kann so ein Kabel auch nicht an der Logikbrücke ziehen ich kann es nur an diese Türmotoren ziehen und das ist das Problem da dran also ich komme da nicht weg ich kann auch keine Abfrage machen ob das Tor zu ist ich habe keinen Sensor den ich hier hin machen kann und kann sagen wenn Kontakt zwischen Tor und dem Sensor dann fließt Strom und dann kann ich irgendwie was machen deshalb habe ich gesagt mir fehlen Teile so ich hoffe ich habe es jetzt einigermaßen erklärt dass es irgendwer verstanden hat ich weiß es ist ähm ist ähm ja ultra kompliziert zu erklären und es ist noch komplizierter zu verstehen wenn es einer so erklärt wie ich es erklärt habe ich hoffe trotzdem ich konnte helfen ich brauche jetzt aber erst mal Urlaub das ist mir too much gewesen wenn mein Kopf qualmt so wir machen hier noch die Exportzone weg damit es nicht wieder rumbackt wenn wir das nächste Mal laden ich sage danke fürs Zuschauen hoffe ich konnte euch hiermit ein bisschen weiterhelfen und habe euch nicht komplett verwirrt ähm ich hoffe der eine oder andere konnte hier was mitnehmen hat ein bisschen was zu diesen komischen Schaltungen da gelernt und äh ja noch viel Spaß auf YouTube noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und äh ich bin jetzt brain dud ich schalte ab ich schalte ab ich schalte ab ich schalte ab